Hallo, ich bin Hamid von Ecodynamics. Heute erkläre ich euch, was Rapid Business Design ist. Das Ziel von Rapid Business Design ist es, relativ schnell, also innerhalb von ein bis zwei Tagen, ein Geschäftsmodell, ein Business Case und entsprechend marktendlichem Konzept zu entwickeln, und zwar von der Idee bis zum Prototyp. Und dort gibt es auch entsprechend zwei verschiedene Alternativen. Das heißt, die eine Alternative ist es tatsächlich, aufgrund einer Problemstellung oder Fragestellung ein Geschäftsmodell zu entwickeln, bis zum Prototyp. Und die zweite Alternative ist, dass man kreativ ein Geschäftsmodell entwickelt. In der Regel hält man sich dann an verschiedenen Kategorien, wenn man sowas macht. Das heißt also, das Geschäftsmodell, das entwickelt wird, soll das bestimmte Geschäftsmodell ergänzen, erweitern, ersetzen oder vollkommen was Neues entwickeln oder auch erneuern. Und das ist Rapid Business Design. Das ist Rapid Business Design.